Wir sprechen gleich mit einer Kollegin, die sich im Erdbebengebiet der Türkei befindet, über die kleinen Lichtblicke, die es dort noch immer gibt. Damit Hallo zu Bräsent. Groß war die Aufregung in Fellbert, in der Nähe von Düsseldorf. Brandgeruch und Rauchschwaden liegen über der Stadt. Bewohner werden über Handy-App gewarnt. Doch besser Türen und Fenster zu schließen, der Grund auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Es ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte haben große Mühe, die Flammen in den Griff zu bekommen. Öl, Strom und Gas sind derzeit ein begehrtes Gut. Wollen wir es also warm haben, müssen wir dafür zahlen. Auch ein Grund, warum viele Verbraucher jetzt auf den guten alten Kamin oder Kohleofen setzen. Das wissen nun leider auch dreiste Betrüger. Sie nutzt die Energiekrise skrupellos aus, um nichtsahnde Kunden aufs Kreuz zu legen. Das ist auch einer Familie aus Sachsen-Anhalt passiert. Woran Sie solche Fake-Shops im Internet erkennen und was Sie tun müssen, wenn Sie aus Versehen doch etwas gekauft haben, das erfahren Sie auch auf brisan.de im Netz. Dieses Bild hinter mir muss man erst mal erklären, denn es vermittelt nicht die Dramatik, die dahinter steckt. In einer Stadt vor den Toren Montreals in Kanada ist ein Bus in einen Kindergarten gefahren. Dabei sind dann zwei Kinder ums Leben gekommen. Noch viel mehr sind verletzt worden. Eine ganz traurige Geschichte. Und nun gibt es den Verdacht, dass der Mann hinterm Steuer den Bus bewusst in den Kindergarten gelenkt haben könnte. Sport, Ernährung und mentales Training haben bei Oliver Wössner zum Erfolg geführt. Welche Rolle die Macht der Gedanken beim Abnehmen spielt, das erfahren Sie auf brisan.de. Shania Twain im neuen Look und mit einer großen Portion positiver Energie und ein Film, der viele Frauenherzen höher schlagen lässt. Jetzt in brisan.prominent. Vor mehr als 10 Jahren kam Magic Mike in die Kinos und plötzlich wurde einem warm im Kinosessel und es lag nicht an der Heizung. Es war dieser Mann, Channing Tatum, der gezeigt hat, wie gut man strippen kann. Und dieser Film wurde zum Kassenschlager und darauf folgt jetzt schon der 3. Teil mit viel nackter Haut und ihr, Selma Hayek. Und Sie ahnen es, Channing Tatum hat weder das Tanzen noch das Ausziehen verlernt. Bei den Grammy Awards am Wochenende hat sie uns mit ihrem neuen Look überrascht. Shania Twain wollte auf dem roten Teppich knallig aussehen und das hat sie auch geschafft. Auch sonst hat sie im Moment wieder Spaß an der Mode und spielt dabei gerne mit Farben. Hier wieder in blond. Ihr neues Album passt zu ihrem Lebensgefühl, Queen of Me. Die Kanadierin bringt ihr 6. Album raus mit viel Pop und ganz klar mit einer positiven Lebenseinstellung. Der ist fit. Und jetzt zeigt uns Prinzessin Kate, wie fit sie ist, dass nämlich aus einem offiziellen Termin schnell mal eine Sportstunde werden kann. Wir sind beeindruckt. Wenn sich Barbara Schöneberger mal wieder verkleiden will, wie hier neben Kaischer Candela oder mal als freshe Rothaarige, dann geht sie einfach in den Keller, denn dort hat sie ihren ganzen privaten Kostümfundus, wie sie uns verraten hat. Und da passt es doch ganz gut, dass Barbara auch in ihrer Sendung Verstehen Sie Spaß in verschiedene Rollen schlüpft. Bei denen fragt man sich dann fast immer, ist das jetzt wirklich die Schöneberger? Aber das muss ja auch so sein. Da freuen wir uns drauf. Samstagabend Verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger. Ja, und wir sehen uns schon morgen wieder, wenn Sie möchten, 17.15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.